Friedrich Nietzsche am Scheidewege Pfeu! Ihr wollt in ein System hinein, wo man entweder Rad sein muss, voll und ganz, oder unter die Räder gerät, wo es sich von selber versteht, dass jeder das ist, wozu er von oben her gemacht wird, wo das Suchen nach Konnexion zu den natürlichen Pflichten gehört, wo keiner sich beleidigt fühlt, wenn er auf einen Mann mit dem Winke aufmerksam gemacht wird, er kann ihnen einmal nützen, wo man sich nicht schämt, Besuche zu machen, um die Fürsprache einer Person zu erbitten, wo man nicht einmal ahnt, wie man sich durch eine geflissentliche Einordnung in solche Sitten ein für alle Mal als geringe Töpferware der Natur bezeichnet hat, welche andere verbrauchen und zerbrechen dürfen, ohne sich sehr dafür verantwortlich zu fühlen, gleich als ob man sagte, an solcher Art, wie ich bin, wird es nie Mangel geben, nehmt mich hin, ohne Umstände!